Willkommen zu der nächsten Folge von Let's Play Minecraft V2Bs Winfinity slash Infinity zusammen mit mir, Tims.wp Das hat nichts gebracht, weil das Glas immer noch in der Schleife drin war Sobald die 24.000 EU, das ist ja fast so viel wie die eine Badbox hier speichert Und hier werden wir auf jeden Fall später auch noch, das kann ich eigentlich schon mal vorbereiten Einen relativ großen Raum brauchen, einfach weil hier total viele ME-Kabel später zusammenlaufen werden Ähm, ja, so Dann wird also später, das ME-System kann maximal, dieser Block vom ME-System kann maximal 7 mal 7 mal 7 sein Also 48 Anschlüsse im Endeffekt auf jeder einzelnen Seite Das ist nicht schlecht, so als er mir die Story Cells, das wäre nur Spieler, noch kann man das mit dem Inscriber automatisieren können Äh, das werden wir auch hier alles hinten drin wahrscheinlich machen Entsprechend viel Platz werden wir da brauchen Aber, äh, wir kommen jetzt erst mal so weit, um das, was jetzt hier schon am Laufen haben So, Metal Form, das haben wir alles schon Jetzt habe ich hier noch das Quarz Tue ich mal weg, Tinten packe ich mal weg Iron, hab ich wort Okay Ich könnte eigentlich mal gerade die Ohrs, die ich alle hab' Theoretisch gesehen da rein tun Auch wenn ich natürlich, äh Ich hab' nicht wirklich viel Platz im Winter ab Angefangen mit den Momentan Wichtigsten Von denen wir relativ viel brauchen Und sieht also das Haus wird jetzt schnell größer Wenn wir mal den Platz natürlich auch irgendwo brauchen So Sehr, sehr geil Das sieht aus Ja, die Types sind halt eher das Problem, dass wir viele Typ-Items haben, also Viele Sachen, zum Beispiel das hier Eine Ranch, eine KME, die überlegen alle einen Typ auf der Diskette Das ist natürlich ein bisschen problematisch, aber es geht eigentlich Es hält sich noch in Grenzen, so wir werden gucken, dass das Iron einschmelzt Dann haben wir fast aus diesem hier 1000 Dass wir dann hier wieder bei 1000 Eisen haben Ähm, das werden wir hier machen und zwar welche in diesem Pader Ein, in diesem Pader In diesem Pader In diesem Part einen Timer bauen 7 0 8 5 Na, der wird dann hier hinten angeschlossen werden Wahrscheinlich mach ich das direkt schon über ME, ich bin mir nicht ganz sicher Aber auch wenn wir diese Circuit Plays halten, die müssen halt einfach schlichtweg schmelzen aus normalem Stein Ähm, normalen Stein müssen wir hier auch noch kümmern, aber wir haben noch ein Bisschen was an Stone auch so ohnehin, ohnehin auf, äh, auf Tasche So, Granit So, hier in Furnace, hier wollte ich den Recycler aufstellen Das wir da mal Zügig anfangen können mit den Das wir dann da Unsere Farben, äh, automatisieren mit dem Holz ein bisschen So, ich glaub ich komm bei allen Bei 5 Items oder so kommt mal einer Das war jetzt 4 und da kam 1 5 und 1 6 und 2 Ja, also so alle 4, 5 Items glaub ich kommt 1 Irgendwie so war das mal Ich weiß es nicht genau Aber so lange sind kann ich hier auf jeden Fall schon mal anfangen aufzuräumen Inscriber kommt ins ME-System Ich überlegte, ob ich hier später hier so, das kommt da sowieso wahrscheinlich hier weg Dieses hier Wo ich dann hier sind Durchgang zum ME machen soll mit der normalen Einzeltür Weil ich habe, dass das wird alles später denke ich mal anders aufgebaut werden Das hier werde ich wahrscheinlich später auch woanders hinsetzen Zumindest so wie ich im Moment, äh Das plane Frage ob ich das überhaupt weiter betreiben soll, ich denke aber ja, weil es ist wie so eine Art Notrohrum agregiert Äh, falls mal das heißt, der Rest ausfällt, kann das ist immer noch halbwegs am Leben halten, dass es den das wird Ich denke ich weiß nichts, äh Nicht unbedingt was Schlichtes Zack So hat mir das auch, dann kümmern wir uns noch Genau den, das Ne, machen wir erstmal Opa la Das Ding ist fertig 20 Plates, ich weiß nicht, dass genug ist Wir machen das jetzt einfach mal so die Circuit Plane Wir brauchen Conductive Plate drei Stück Das haben wir Dann brauchen wir eine Redstone Fuckel Haben wir auch Sehr gut Man wird jetzt später sehen, wenn ich jetzt die Teile Ich nehme mal Steine für Und zwar Ja, da hab ich noch Bricks, ein paar hab ich noch Stohle Bricks Ähm Wenn ich das hier time Und einfach schlichtweg jedes Mal sagt, wenn er ein Impuls Ich weiß nicht, wie rum man ihn platzieren muss So, rum ist richtig Das war irgendwie vier Sekunden oder so Auf jeden Fall müssen wir die Smelty auch fertig bauen Die dürfte eigentlich fertig sein, sobald ich hier Dies zubauern Machen wir das gerade mal Sieht Gläst Gläst Ähm Das müsste dann eigentlich Ja, genau die sind schon fertig, direkt Das importieren mache ich selber Das ist nicht das Problem Und zwar fangen wir an mit Ein bisschen Ei Ja, scheiße Scheiße Ein bisschen Eisen, bisschen ist gut Das sind ja jetzt auch mal schon Vier stecks Stecks Jö, stecks Ich gehe hier über drei Stecks rein, das ist auf jeden Fall genug Und zwar, wenn ich dann nämlich das Item daraus ploppe Ploppen lasse Dann müsste hier unten theoretisch gesehen Einen, ein Hopper hin Und hier entsprechend eine Kiste Für diese Kiste, da werde ich Ich bin normale Chess oder Ich hab glaube ich noch Iron Chests Ja, dann baue man mal eben schnell eine Iron Chests Und das ist eine Silver Chests Ich finde ich würde einfach nur eine Iron Chests Ok, keine normale Chests Dann halt nicht Was ist denn eine Trap? Ach das ist einfach eine Falle Eine Falle, dann wahrscheinlich die auslöst oder so Zack Das hätten wir Das Eisen ist wahrscheinlich schon fertig Entsprechend Nehme ich mit den Rest nochmal raus Dann brauche ich den Hopper Und Noch ne Chess, ja Chess, aber natürlich wir nicht Ich bin Weil die Boten, ne ne, Quatsch, ich bräuchte Hallo, doofen Hunde, ey Ja unsere Straße ist sowieso irgendwie hier die Hundestraße so gefühlt Weil wir alle irgendwie äh große etwas größere Gärten haben Und alle irgendwie, gefühlt irgendwie der dritte Hund Das müsste so funktionieren Jo, geil Mit vier Sekunden, das scheint ziemlich gut zu funktionieren Aber ne, es müsste ein bisschen mehr sein Oh, oh, das war schlecht Irgendwie so Ne Ja genau, doch so Dass wenn es rausgeht Direkt beim nächsten, bei der nächsten Umdrehung Das reinfließt So, so geht das So, super geil Wie der Lebe Manuel von German Nismiel, äh, jetzt sagen würde Wie sind die Motore? Oh, vier hat ihn jetzt, ey, das ist krass Mit Eisen vermischte sich, glaube ich, nichts Zumindest Kopper nicht Aber Kopper vermischte sich mit Tin Scheiße So Ja, das im Eben muss ich mir noch ein bisschen gewöhnen, auch Kopper wollte ich weglegen Zack Irgendwie habe ich gefühlt, also so gefühlt schaffe ich ziemlich wenig in den Parts, aber Eigentlich, äh, das ist natürlich auch so Kleinzeug, was halt teilweise auch einfach aufhält So, das wird auf jeden Fall ziemlich fett Ich könnte natürlich jetzt noch automatisch ins ME-System importieren lassen, aber das macht eigentlich wenig Sinn Das Portal will ich definitiv irgendwo anders später mal hinsetzen Ähm, dass ich eine Wand mache, wo dann hier das automatisch, äh, reingepumpt wird mit Lava und sowas Das macht, äh, würde ich sagen, definitiv Sinn So, das kann ich ja weg tun So, das ist gleich fällig 400 600 Blöcke, ich mach mal 1 Tin und den Rest Eisen Und hin geht deutlich schneller, ja, hin geht deutlich schneller Okay, lab habe ich noch ein bisschen was drin Das wollte ich eigentlich von Ewigkeiten gemacht haben mit dem Timer, das hatte ich beim Pascal gesehen Ein Pascal Ähm, fand ich definitiv eine schlaue Idee Ich wusste nicht, dass das geht, aber Es geht, und entsprechend finde ich das eigentlich, äh, mit das Glücks, was man so machen kann So, wenn es jetzt dürfte sich nicht vermischen, es dürfte Ganz normal sein Auch wenn das hier ein bisschen komisch ist mit der Animation Aber nachher gut Aber nachher gut Dann, dr repetken User Entity Chvil hallo ich nehmt auf wessen da e ach heile er sich nehmen hat man kraft auf drei minuten noch was das verletzte so lange juni kommt nicht mitreden das klappt das nur beschrieben und besonnen ja die folge geht jetzt noch hier um drei minuten und dann können wir gleich zusammen eine aufnehmen möchtest was klappt ich habe ein häuschen wieder deutlich ausgebaut ich habe jetzt hier kann ich da nicht rein ja da hab ich cyanide in die brauchte man auch für irgendwas fack mich für was ich habe jetzt hier in meinem reaktor 3,5 millionen rf damit ich meine server betreiben kann dort bei nitrador natürlich bei der nitrador normalic link in der beschreibung eine trabe schon korrekt wir schon sind schon ziemlich ziemlich kracht auf die leute um ich weiß sie wollte man auch mal das krepp aufs Skull Bord Kinder braucht sich neun Stück für da bin ich natürlich noch etwas weit von weg entsprechend tut er noch ein paar Koppelstuhl 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 ich glaube kommt da rein die Keebos auch die Kohle auch ähm okay natürlich die Tanks da TXP ähm das passt soweit Tim wollte ich reinschmeißen ja er ist er ich habe gerade was vorbereitet jetzt fast 1000 äh iron ingots in meiner smeltiery äh sauber herzlichen Glückwunsch ja kannst du gerne was haben für die möchten das light das läuft wahrscheinlich die ganze tag durch bis das fertig ist habe jetzt in ich glaube in fünf minuten ein stick oder so dort ist auf jeden fall keine ahnung eine stunde oder mehr noch wenn ich koppel nachher noch er packe denn dort auf jeden fall ein bisschen du musst dir auf jeden fall mal pascals melde irgendwann mal angucken der hat also ein smelterie muss ich dir vorstellen ist so aus schwarzen blöcken ja so fünf mal fünf das gibt es fast auf bedrock ebene der kann da irgendwie ich keine ahnung ich glaube zehn stacks auf einmal drin schmelzen ich habe verfluchte erde auf der kein gras weg super braucht man definitiv werde ich im nächsten paar und den skribern vielleicht auseinandersetzen inwiefern das überhaupt funktioniert zu dem interface sollte man noch angucken hinterher weil die macht man ja irgendwie um der klingel kröner noch lauter macht man irgendwie da dran naja wie es um das gehört und dann tut man die irgendwie keine ahnung so machen na gut man immer angucken auf jeden fall was in der stelle dass diese folge wird ja beim nächsten mal bis dann viel spaß heute tschüss